wo ich hin will behaupte ich jetzt mal so was könnte ich noch sagen ich bin immer so ratlos was hilft wenn ich an da und so ratlos bin ich sollte manchmal irgendwas überlegen immer und ich mein verstand läuft eine meile in der minute tut mir leid in der sekunde um sich jetzt ein thema aus dem kreuz zu leiern aber irgendwie finde ich trotzdem keins so ja nebenher noch kohle gefunden aber jetzt komme ich schon langsam nicht mehr dran so aber jetzt ist ruhe kohle haben wir genug muss ich jetzt nicht jeden scheißblock hier raushauen von kohle und mir unnötig mein inventar vollstopfen so jetzt habe ich hier gleich voll die mords aussicht hier raus gehämmert so hier mache ich mal den weg schön so mache ich hier nochmal auf dann haben wir hier nochmal mehr überblick und wir kriegen einfach cobblestone das was wir eigentlich vorhaben so hier hängt der block wieder fest habe ich ihn jetzt rausgekriegt ja so wird so wird der stollen auch ein bisschen übersichtlicher ein bisschen ist gut gesagt ein bisschen mehr so jetzt dürfte es aber dann schon langsam mal reichen pop den scheiß schaufel ich auch noch schnell weg man will ja ordentlich sein man muss halt hier prioritäten setzen so kohle die wand könnte ich eigentlich auch noch einreißen hier so mindestens ein bisschen ja äh hm was könnte ich denn jetzt ja um um zwölf abends bin ich irgendwie immer so ratlos was ich sagen sollte da war eigentlich jetzt der die erkundung eigentlich am coolsten heute da ging auch mal was konnte ich auch mal wieder was verzählen oder nicht verzählen einfach blödsinn quatschen und ja ich finde bei beim abbauen von irgendwelchen sachen also zeug fahren sollte man doch irgendwo gehobenes niveau erreichen um hier nicht in die stupidität hinein zu kommen so hier die decke nochmal kurz hoch zimmern ich laufe eh schon wieder zu weit nö noch nicht ach weißt du was ich nehme das holz mit haha zweckster übersicht ok ist mir noch nie aufgefallen ne komme ich nicht hin scheiße er kommt nicht hin er kommt nicht hin da ist uns kurz auf einer seite haha 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 so jetzt haue ich die kacke mal kurz weg weg hauen so spitzhäckchen aber bei der musik schläft man hier halt ein wäre jetzt auch nicht so mächtig wenn ich hier so mitten ins mikro mach weil hier hier weil ich hier ein pen wäre ein bisschen unvorteilhaft dann würde ich mir selber in die parade fallen und dann hätte ich keine ahnung ne fünf stunden aufnahme mein computer läuft heiß und äh ich habe gar nichts erreicht haha es wäre lustig ich fände es lustig ob sie es ihr lustig findet so drei stunden lang minecraft geschnache aber hardcore geschnache sonst ist es langweilig muss schon hardcore sein cooler graf real blog so hier das bisschen holz noch raus so so dann haben wir es ja eh beinahe ordentlich gemacht so schaufel mal den graf real noch weg so da ist auch ja noch kohle kohle kumpier so gut dass ich so viele spitzhacken gemacht habe sonst würde ich jetzt blöd dastehen weil ich wieder keine spitzhacken dabei hätte ich bin so rohstoffgeil das ist ja nicht mehr normal hab zwar eh schon zehn stacks kohle daheim liegen aber ich will immer noch einsacken 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 so haben wir das hier hab ich da jetzt nö hab mich verguckt da hab ich mich aber jetzt verguckt in jemanden natürlich in meine Freundin aha ja ich hab ne Freundin man glaubt es nicht auch wenn ich den ganzen Tag hier Computer spiele und die macht denselben Käse wer's wissen will Julia Trin so ansonst hab ich hier nen Kanal nicht hier so breit zur Schau gestellt auf meinem Channel die hab ich ein bisschen ja die fand's cool und dachte sich ja mach hier auch mal immer sofort so ja ist ist ein Blick wert kann man kann man kann man die Let's Plays kann man sich auch angucken hat ein anderes Kaliber die Frau ist ein bisschen abgedreht also hm da stinke ich ab und zu ein bisschen ab vor allem allein schon mit der Freude in der Stimme gut äh ich glaub mir ist Inventar voll gelaufen ja ich könnte das Händchen wegschmeißen glückliches Händchen so so hm was soll ich noch erzählen ich weiß es nicht was ich hier jetzt wie wahnsinnig gar heute aufnehme ist auch ein Wunder eigentlich wollte ich heute länger arbeiten ursprünglich dann hab ich mir gedacht nee ist zu assi heut oder geh ich lieber heim mach ich was fürs Geld oder einfach nur mich zum Narren ist ja auch was schönes mach ich zwar in der Arbeit auch aber gut darf ich nicht so laut sagen zum Narren mach ich mich natürlich in der Arbeit nicht mir macht meine Arbeit Spaß fürs Protokoll nicht dass mir auf einmal mein Chef zuguckt nee nee macht mir schon Spaß nur heute hatte ich keinen Bock dass ich jetzt bis um elf oder zwölf arbeite wenn man schon beinahe Kilometer Geld in der Arbeit kriegen müsst wenn man so viel rumläuft ist irgendwann auch nicht mehr schön so was werfen wir denn jetzt weg die zwei hier ja die zwei Feuersteine so jetzt machen wir hier mal alles schön hier so so dann haben wir es ja eh gleich ich weiß zwar nicht was ich mit dem Raum jetzt hier anstellen soll so jetzt bringe ich mal kurz mein Schwert mal hier mal die ganzen Spinnennetze weg ihhh immer Spinnennetze hier immer so ekelhafte Spinnennetze alter Leiter wo kommt die Leiter her ach egal ich werfe den Pfeil weg habe ich irgendwo eine Leiter abgebaut komisch mhm so ah wieso ist die Musik jetzt so tränig jetzt wo ich mal Aufmunterungsmusik bräuchte ist sie nicht da na gut Aufmunterungsmusik ist das jetzt auch nicht unbedingt aber es ist besser alles äh nö da geh ich lieber wieder erforschen weil dann höre ich Zombies die machen ungefähr dasselbe da ist so ein Chorgesang muss ja auch nicht sein ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmack so aber naja äh falsche Axt auf die Streit Axt so ist jetzt hier mal Ruhe mit mit Spinnennetze so oh einen ziemlichen Raum habe ich hier schon draus gemacht auch wenn hier schon ziemlich viel Hohl war also da muss ich jetzt nicht die ganze Lob hier einheimsen ich habe ja nur ein bisschen nachgeholfen aber nur ein bisschen so ich kann die Steine eh schon nicht mehr mitnehmen ich lasse die Leiter da nö 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 hopp so aber jetzt habe ich fürs erste Mal genug Cobblestone gefahren vor allem weil ich eh nicht weiß was ich erzählen soll ähm sonst wird es ein bisschen langweilig für euch und ich glaube ich stelle jetzt dann kurz mal auf Mut äh Mute denn ich glaube ich habe doch ein bisschen mehr geredet als ich denke äh gedacht habe denn meine Fresse ist doch trocken und das erledige ich in dem Moment wenn ich was Zeug in den Ofen gepackt habe und das habe ich gleich so nehme ich erstmal die Kohle zur Hand und werfe da was rein damit auch wirklich was gemacht wird so Gold raus so hier haben wir schon Steine und hier nochmal rein und hier so laufen die ganzen Ofen und ich stelle jetzt mal kurz auf Mute steine sie oder sie sie äh und Untertitelung des ZDF, 2020